Die beiden Freunde Mirja und Samu haben sich entschlossen, für freiwillige Arbeit nach Kuba zu reisen und werden dort mit großer Armut konfrontiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ghetto von Köln. Äh, von Köln. Von Kuba. Ah, hello! Sie erleben hautnah, wie die Menschen in dem kommunistisch zerrütteten Land leben. Es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel, viele Trampen. Ich habe schon öfters gehört, dass da viele rumstehen, aber wirklich alle zehn Meter standen immer drei, vier Leute, Familien mit ganz viel Gepäck und haben einfach nur gehofft, dass sie jemand mitnimmt. Das ist Projekt Kuba. Die Germanistik-Studentin Mirja aus Düsseldorf und ihr guter Freund Samu, der in der Gastronomie in Köln arbeitet, sind in einer ärmeren Gegend von Havanna unterwegs. Hier wollten sie gestern ein Maisbrot kaufen und waren auf Ablehnung gestoßen. Äh, Uno! Oh! Ja, ich glaube, der macht einfach deine Haftwaffe nicht. Also, ich glaube, die wollen uns hier gar nicht haben. Nee. Doch dann passiert plötzlich das. Kuna Matata! Der kam ein junger Kerl zu uns hergerannt und meinte so, ah, cooles Tattoo und hat dann auch die ganze Zeit Kuna Matata gesungen. Und, äh, der hat uns dann mitgezehrt. Hakuna Matata! Ich glaube, der zeigt uns jetzt seine Wohnung. Ja, ich glaube auch. Der junge Mann heißt Juan und will den Deutschen zeigen, wie die Kubaner hier leben. Und dann sind wir tatsächlich in seiner Wohnzimmerküche und Schlafzimmer, alles in einem Wohnraum drin gewesen. Hütte. Hütte, ja. Hütte ohne Fenster. Es war, es war krass. Oh, upstairs. Ach, krass. Echt? Boah, ich kacke ab. Eine schmale Holztreppe hinauf geht es ins Schlafzimmer, in dem die komplette Familie schläft. Es hat alles sehr gemufft, es war alles sehr alt, sehr runtergekommen. Die Matratze sah aus, als hätte man sie einmal durch die Straße gezogen. Doch plötzlich wird es hektisch. Als wir dann oben waren, haben wir halt schon unten gehört, wie die anderen Mitbewohner oder Nachbarn halt so einen Stress geschoben haben. Dass wir halt ganz schnell wieder raus mussten, weil wir nicht wussten, was sonst passiert. Juan macht einen besorgten Eindruck. Die Familienangehörigen haben ein bisschen Ärger gemacht. Die Freundin, da war die Freundin von ihm, die dann gesagt hat, nee, die müssen jetzt raus, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Wir sollen gehen und zwar bitte ganz schnell. Unser Tourguide, der ja Kubaner ist, der fand das dann auch nicht mehr ganz so witzig, dass wir da wirklich mit reingegangen sind. Also wenn schon ein Kubaner sagt, jetzt sollten wir Schluss machen, dann sollte man auf jeden Fall Schluss machen. Doch diese Eindrücke haben Miriam Samu schwer bewegt. Boah, das war jetzt richtig krass. Also ich bin so geplättet, dass ich gar, ich finde gar keine Worte gerade. Ey, wie sah es da aus? Ich finde gerade wirklich keine Worte. Also es war schon einfach ein Augenblick, der mich mal kurz zum Stocken gebracht hat. Der nächste Tag. Miriam Samu wollten auf Kuba eigentlich freiwilligen Arbeit mit Kindern machen. Na ja, Tag, neues Glück. Wir dachten, komm, heute erleben wir vielleicht dann mal Kinder und die Arbeit mit Kindern. Die Organisation Corazon Cuba, bei der sie die Volontierreise gebucht haben, will die beiden heute in Kontakt mit Einheimischen auf dem Land bringen. Also ich war auch echt enttäuscht, muss ich wirklich zugeben. Weil natürlich auch viele von zu Hause immer gefragt haben, was, und, wie ist die Arbeit mit den Kindern? Und du musstest jedes Mal wieder aufs Neue sagen, ist nicht. Sie wollten helfen, so wie Valentina und Sebastian, die wir letztes Jahr bei ihrer freiwilligen Arbeit nach Kambodscha begleitet haben. Ich komme sehr gut mit Kindern zurecht, solange es nicht meine eigenen sind. Ich kann mich nicht erinnern, außer vielleicht Halloween, wann mich mein Kind umarmt hat. Einfach so. Und zu Halloween hat es halt eine Tüte voll Süßigkeiten bekommen. Das war ein wunderschönes Gefühl. Genau dafür waren Miriam und Samu gekommen. Nach einer guten halben Stunde Autofahrt erreichen sie das im Westen der Insel liegende Vinalestal. Das ist wirklich einfach nur eine Wahnsinnskulisse. Ich war völlig fasziniert von der Landschaft, weil es einfach alles so grün ist und so schön und so unbebaut. Wir sind echt gespannt, wo wir jetzt landen. Die beiden landen auf einer Farm, eine Tabakfarm. Und es wird sogar ein bisschen kubanisch herumgebrannt. Ein Familienbetrieb. Ein bisschen so, wie man sich Kuba vorstellt. Und hier sollen sie jetzt freiwilligen Arbeit mit Kindern leisten? Wir sehen nur ein Kind. Das ist aber deutsch aus der Kleine. Das sind Isabelle und ihr einjähriger Sohn Eduard. Isabelle und ihr Ehemann José bewirtschaften den Familienbetrieb. Samu wundert sich über die blonden Haare von Eduard. Warum ist der blond? Meine natürliche Haarfarbe ist blond. Isabelle ist also eigentlich auch blond. Selten unter Kubanern, aber offensichtlich möglich. Dieser ziemlich lässig rauchende Herr ist ihr Gatte, der 23-jährige José. Mega cooler Dude auf jeden Fall. José, der Name war Programm. Da sind wir aber gespannt. Das ist meine Farm. Deine Farm? Du bist so jung. Eigentum, denkt man immer, gibt's nicht im Kommunismus. Aber in Kuba gibt es durchaus private Farmbesitzer. Gehört sie dir oder deinen Eltern? Mein Großvater ist der Boss, aber zurzeit arbeitet er nicht. Also bist du der Boss. Und wie es sich für den Boss gehört, raucht José seine Zigarre mit Genuss. Egal was wir mit ihm geredet haben, hat er eine Zigarre im Mund gehabt und hat die ganze Zeit durchgepappt. War das immer dein Traum oder wolltest du auch mal was anderes machen? Welchen Job? Bloß nicht hetzen lassen. Hier ist er sehr entspannt. Man hat keine Probleme. Da drängt sich Mirja eine Frage auf. Wie viel rauchst du am Tag? 4 bis 50er an einem Tag und eine halbe Flasche Rum. Und dann schläft man gut. Jeden Tag? Eigentlich ist die Zigarre nur für besondere Tage, aber auf Kuba ist jeder Tag ein besonderer Tag. Samu will sehen, wie man Zigarren rollt. Ach, krass, wie viele reinkommen. Ah, das ist für eine. Und wie viel Zigarren schafft ein Arbeiter in der Stunde? In einer Stunde rollt man 30 Zigarren. Die werden aber nur am Abend gerollt, weil dann die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch ist. Ob es bei Samu klappt? Du bist ein Profi. Du könntest hier arbeiten. Das wäre für mich überhaupt nichts. Ich bin ein Stadtmensch. Ich habe noch nie auf dem Dorf gelebt. Isabel und ihr Mann leben auf der Farm mit den beiden Kindern Edgar und Eduard in diesem kleinen Häuschen. Für den siebenjährigen Edgar hat Miri und Samu ein paar Geschenke wie Mahlstifte dabei. Die sind wegen der Sanktionen durch Donald Trumps US-Regierung keine Selbstverständlichkeit auf Kuba. Das ist ein Geschenk für dich. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, kann man Edgar die Freude über die Geschenke ansehen. Guck mal, wie das dich freut. Die Augen, die Funke. Auch seine Bleistifte, wenn du die anguckst. Mega cool. Der hat auch die ganze Zeit, wo wir dann noch da waren, die ganze Zeit gespielt. Der war die ganze Zeit glücklich, hat Bilder gemalt. Als Andenken malt Edgar sofort ein Bild für Miri und Samu. Kannst gerne ein Foto machen. Endlich haben die beiden ein Kind zum Lächeln gebracht und genau dafür waren sie doch nach Kuba gereist. Deswegen bin ich da hingegangen und ich habe mich darauf vorbereitet und wir haben auch Geschenke mitgebracht, aber es gab keine Kinder. Ihre freiwilligen Arbeit auf Kuba haben sie sich definitiv anders vorgestellt. Miri und Samu kriegen aber auch noch voll eins auf die Nase. Ich habe Angst bekommen. Die einzige Sportart, die ich meistens mache, ist Essen.